Alles neu macht der Mai, nur meine Haare nicht. Die sind immer noch vom Februar. Ich war tatsächlich seit drei Monaten nicht mehr beim Friseur. Ich sehe nur deshalb noch halbwegs menschlich aus, weil ich damals, damals im Februar, kurz vor Karneval, mir die Haare an den Seiten richtig hab wegrasieren lassen. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich da eben karnevalsmäßig als Wikinger unterwegs war. Und deshalb, ja, kann man hier mal drei Monate wachsen lassen, ohne ganz bescheuert auszusehen. Aber natürlich sehe ich immer noch relativ bescheuert aus. Ich habe auch überlegt, sollte ich mir vor diesem Video nochmal schnell die Haare schneiden lassen, jetzt, wo man ja zumindest in Berlin wieder zum Friseur gehen kann. Und dachte mir dann, nein, wenn ich dieses Video in sechseinhalb Jahren mir anschaue, werde ich gleich in der ersten Szene schon wissen, ah, damals war ja Corona. Gut, hoffentlich ist in sechseinhalb Jahren das Corona-Ding auch wieder durch. Aber man weiß es nicht. Warum spreche ich von sechseinhalb Jahren? Weil ich vor sechseinhalb Jahren, also Ende 2013, diesen Kanal hier aufgemacht hab. Und seitdem heißt er Battle Bros. Bis heute. Ab heute heißt er Siegesmund. Battle Bros. heißt jetzt Siegesmund, sonst ändert sich nix. Das reimt sich nicht so schön wie damals bei Twix, aber das kennt ihr jungen Leute ja sowieso nicht mehr. Aber eine erste Sorge, falls ihr die überhaupt habt, kann ich euch direkt nehmen. Denn thematisch ändert sich in diesem Kanal tatsächlich überhaupt nix. Ich werde genauso die gleichen Videos machen wie vorher auch. Naja, vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht auch in Zukunft ein bisschen häufiger. Aber dazu komme ich später noch. Aber an der Kanalausrichtung ändert sich nichts. Es ist weiterhin mein Kanal. Ich bin hier weiterhin die One-Man-Show. Insofern ändert sich das wirklich nicht. Warum hieß denn dieser Kanal überhaupt jemals anders, ist dann eigentlich eher die Frage. Und deshalb gehe ich ein bisschen in die Geschichte zurück. Und zwar nach 2013. Da war ich ja gerade fertig mit High Five. Bin dann zu Studio 71 gegangen, um da eben Creative Director bzw. Programmleiter zu werden. Und dachte mir damals, ah, jetzt habe ich ja schon mal mit High Five meinen quasi eigenen YouTube-Kanal gehabt. Ich würde das jetzt gerne weitermachen. Gerade weil ich auch Leute euch habe, die mir gerne zuschauen. Egal, wo ich gerade bin. Jetzt war Studio 71 natürlich von Anfang an ein Vollzeitjob. Und ich wusste, wenn ich jetzt da nebenher auch noch einen YouTube-Kanal aufmachen will, dann wird das schwer. Und so hatten wir damals bei Studio 71 die Idee, naja, dein Kanal könnte ja ein Studio 71-eigener Kanal sein. So wie ich ja auch Let's Play Together zumindest teilweise unter meiner Fuchtel hatte. Oder das Netzwerk. Oder später The Mansion und so weiter. Und gesagt, okay, dann machen wir eben einen Gaming-Kanal auf, wo du quasi Chefredakteur bist und du auch das Gesicht bist. Aber mal schauen, ob wir nicht mit der Zeit irgendwie auch ein Team zusammenbekommen, das da mit dir zusammen Videos machen kann. Vielleicht die Jungs vom SBS, vielleicht irgendwer anders irgendwann oder schauen wir mal. Und deshalb dachte ich, naja, wenn der Kanal dann eben Siegesmund heißt oder Fabis lustige Ballerbude, keine Ahnung, dann ist das ja blöd. Dann ist das ja wirklich ganz auf mich fixiert. Und das wollte ich eben in dem Moment nicht, weil ich da auch nicht die Erwartung wecken wollte. Ah, da hier gibt es jetzt jeden Tag Videos vom Siegesmund. Denn das habe ich auch gleich am Anfang gesagt, der kommt nicht so oft, aber eben ab und zu mal. Und deshalb dachte ich, okay, dann nenne ich den Kanal eben nicht Siegesmund oder sonst wie, sondern Battle Bros. Und ich dachte, das bringt das ja fast ganz schön zusammen. Und zwar, dass es um Multiplayer-Spiele geht, in denen man gegeneinander kämpft. Ihr wisst, so Militärgeschichten, das ist halt meins. Multiplayer ist meins. Und natürlich Battlefield ist meins. Und da passt das ja ganz schön, einen Namen zu finden, der sich auch an Battlefield anlehnt. Denn ich habe ja wirklich das erste halbe, dreiviertel oder vielleicht ganze Jahr eigentlich nur Battlefield 4 auf diesem Kanal gemacht. Und da erschien mir der Name eben sehr passend. Jetzt merkte aber leider Studio 71 relativ spät, um nicht zu sagen, erst nach meinem ersten Ankündigungstrailer, dass ich ja auf Battle Bros. die ganze Zeit irgendwelche Ballerspiele spielen würde. Und merkten dann erst, dass ich das vielleicht mit den selbstgesetzten Jugendschutzstatuten von Studio 71, und die auf denen von ProSieben aufbauten, dass sich das damit beißt. Denn in ProSieben eigenen Marken soll eben jetzt nicht so viel übertriebene Gewalt vorkommen. War zumindest damals eben die Marschrichtung. Und so sagte man mir, ach nee, das geht ja gar nicht. Kannst ja eigentlich gar nicht Battlefield spielen. Wie, was? Kannst ja nicht Battlefield spielen. Ja, geh doch zu MyVideo. Da gibt es Jugendschutz, der funktioniert. Da kannst du dann auch Battlefield spielen. Und dann dachte ich, nee, nee, das geht ja nicht zu MyVideo. Also, MyVideo gibt es ja auch gar nicht mehr. Und das tat sich auch damals schon schwer. Ich dachte, ich kann doch jetzt nicht auf YouTube ankündigen, dass ich jetzt einen eigenen Kanal habe und dann zu MyVideo gehen. So funktioniert es nicht. Machen wir anders. Dann mache ich diesen Kanal halt doch als mein persönliches Ding. Parallel zu Studio 71. Auch wenn das zwei Jobs nebeneinander werden. Und dann habe ich eben doch Battle Bros. komplett für mich übernommen. Aber da gab es halt den Namen schon. Das fand ich aber auch gar nicht so schlimm. Denn meine Idee war ja nach wie vor, ja, dann kann eine Breezer oder Pato oder sonst wer. Irgendwer vom SBS können dann alle zusammen auf diesem Kanal Videos machen. Hat sich aber halt nicht so ergeben. Und ihr kennt ja meinen Werdegang. Ich habe dann über die nächsten Jahre Studio 71 als Vollzeitjob und YouTube als Hobby nebeneinander hergemacht. Musste mich irgendwann entscheiden, okay, wer geht, wer bleibt. Habe mich dann für Battle Bros. entschieden und Studio 71 verlassen. Und natürlich in der ganzen Zeit den Namen nie geändert. In der Zwischenzeit aber habe ich ja auch Twitter aufgebaut. Wobei, was heißt aufgebaut? Hatte ich vorher auch schon, aber häufiger genutzt. Instagram häufiger genutzt. Und bin dann ja so ein bisschen auch in diese Influencer-Geschichte dann plötzlich reingekommen. Und ich mache ja mittlerweile auch gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo das Klassische, mein klassisches Kerngeschäft, Beratung, Consulting, sowas, ein bisschen wegfällt, weil alle zu Hause bleiben müssen oder in ihren Büros hocken müssen, mache ich relativ viel Influencer-Gedöns. Und da ist es ein bisschen schwierig, wenn man auf allen Plattformen, also auf Instagram, auf Twitter, auf Twitch, Siegesmund heißt und dann aber auf YouTube Battle Bros. Und das hat auch in der Vergangenheit immer so ein bisschen, war nicht ganz so einfach, gerade in der Zusammenarbeit mit EA, beziehungsweise DICE, beziehungsweise dem Game Changer-Programm, dazu sage ich später noch was. Wenn es dann plötzlich hieß, ah, das ist Fabian Siegesmund von Battle Bros. Denn da dachten die Leute auch immer, okay, Battle Bros sind mehrere Leute. Und ich habe es auch in manchen Kommentaren gelesen, hey, Battle Bros, ihr seid wirklich cool. Und besonders den Fabian mag ich gerade, ich bin es ja alleine. Und deshalb habe ich mir, habe ich schon seit einer Weile den Gedanken mit mir rumgetragen, diesen Kanal mal umzubenennen, dass er mehr zu meinen anderen Marken und mehr zu mir persönlich eben auch passt. Und ich glaube, im Januar irgendwann habe ich das sogar zum ersten Mal auf Twitch schon gesagt. Ja, auf Twitch heiße ich ja Siegesmund, überall heiße ich Siegesmund, nur auf YouTube heiße ich noch Battle Bros. Bei Zeiten werde ich das wohl mal umbenennen. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt heißt dieser Kanal eben einfach nur noch Siegesmund. Wer Zeit hat, kann auch gerne Spielsatz Siegesmund sagen, so wie es eben im Header auch steht. Und mittlerweile steht der eben auch, dieser Banner eben, dieser Header auch bei Twitch. Das heißt, jetzt ist das irgendwie alles einheitlich. Und ich habe tatsächlich auch diesen Namen, Spielsatz Siegesmund, den schleppe ich schon sehr lange mit mir rum, weil ich immer dachte, das fasst mich ja eigentlich auch sehr gut zusammen. Ich mache was mit Spielen, Gaming. Ich labere offensichtlich viel. Wie lange geht dieses Video jetzt hier schon? Und das ist nur das Intro. Ich labere gerne. The Walking Dead zum Beispiel ist ja auch was mit Reden. Ich arbeite ja auch als Autor und als Berater. Ich schreibe ja auch Sachen. Deshalb Satz passt auch. Ja, und dann natürlich das Fortspiel, Spielsatz Sieg, Spielsatz Siegesmund. Ja, wer kein Tennis spielt, kennt vielleicht Spielsatz Sieg so gar nicht. Das ist ja die kleinste Einheit von einem Tennismatch ist das Spiel. Und wenn du das gewonnen hast, gewinnst du den Satz hoffentlich. Und wenn du zwei Sätze gewonnen hast, gewinnst du das Spiel. Und deshalb, wenn am Ende einer den Siegerball übers Netz schlägt, dann heißt es Spielsatz Sieg für Siegesmund zum Beispiel. Und daher der Name. Ich erkläre es jetzt lieber mal, denn ich muss dir neulich schon wieder lang erklären, warum mein Spielername, mein Gamingname der Tor des Monats ist. Ich erkläre es immer wieder gerne. Aber jetzt nicht. Jetzt bedanke ich mich erstmal beim Kevin, beim bezaubernden Freund meiner bezaubernden kleinen Schwester. Der ist nämlich nicht nur ganz bezaubernd, sondern auch ein sehr, sehr talentierter, fähiger Grafikdesigner. Und der hat mir eben diesen wunderschönen Spielsatz Siegesmund Schriftzug designt, auf den ich tatsächlich sehr stolz bin. Das sieht sehr gut aus. Aber gut, ich bin auch sehr stolz auf Kevin. Der sieht auch sehr gut aus. Und außerdem bedanke ich mich noch beim Nico, aka Kamulos, der vor Jahren schon mir meine Webseiten Battle Bros. beziehungsweise Fabian Siegesmund gesichert hat. Und seitdem, glaube ich, auf eigene Rechnung einfach mir warm hält. Ich habe jetzt auch noch SpielsatzSiegismund.de auch noch gesichert. Das heißt, da entsteht dann demnächst auch mal eine Webpräsenz, auf der auch nicht viel passiert. Ich will nur mal irgendwo im Internet alles zusammenfassen, was ich eigentlich so mache. So ein bisschen meinen Lebenslauf und was ich so beruflich mache. Das wird dann irgendwann da stattfinden. Und deshalb, wie gesagt, an dieser Stelle vielen Dank an den Nico, der das völlig uneigennützig über Monate und Jahre, ohne dass ich groß darauf reagiert hätte, für mich warm gehalten hat. Diese Domains für mich warm gehalten hat. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank euch beiden. Bei dieser Gelegenheit aber auch vielen, vielen Dank an euch da draußen, die ihr mir seit sechseinhalb Jahren zuschaut. Und ich hoffe, ihr macht es die nächsten sechseinhalb Jahre auch noch, denn ihr seid immerhin die Besten. Und ich bin der Fabian. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem ersten Kommentar. Jellybean Mafia möchte wissen, hey Fabian, könntest du mal bitte ein Statement zum Thema Battlefield 5 hochladen? Da du ja durch das Battlefield Franchise bekannt geworden bist, würde mich deine Meinung danach extrem interessieren. Das ist die Frage, die ich in den letzten Tagen und Wochen seit bekannt geworden ist, dass der Support für Battlefield 5 eingestellt wird, natürlich am häufigsten bekommen habe. Aber kurz nochmal zurück zum Thema Battle Bros. Es sind auch solche Kommentare, bei denen ich dann denke, ah, da bin ich dann doch ganz froh, wenn das Battle aus meinem Kanalnamen verschwindet. Denn, okay, Jellybean Mafia kennt mich offensichtlich nur über Battlefield. Denn er sagt ja, du bist über das Battlefield Franchise bekannt geworden. Ich hätte jetzt mal gemeint, es gibt bestimmt auch noch ganz viele Leute, die mich über die GameStar kennen oder über High Five kennen. Aber ja, es gibt immer wieder Leute, die kennen mich eben nur von Battlefield. Und da lese ich dann auch immer wieder mal, selten, aber schon mal, hey, ich habe dich für Battlefield abonniert, jetzt mach gefälligst Battlefield Videos. Und das liegt natürlich nahe, wenn man mich über Battlefield Tutorials kennt und dann der Kanal auch noch Battle Bros. heißt, dass man sich dann wundert, wenn dann eine Zeit lang plötzlich nur noch Handvideos kommen. Und man sagt, was soll denn der Scheiß jetzt? Nenn dich doch in Handarbeit um. Und jetzt mit dem schlichten Namen Sigismund bin ich eben auch thematisch sehr frei, um zu sagen, ich spiele jetzt einfach, worauf ich Bock habe. Und hoffentlich kommt dann auch keiner und sagt, spiele gefälligst, was ich will. Denn ich spiele ihn nur noch, was ich will. Ha! Aber so war es ja vorher auch. Was sage ich also jetzt dazu, dass EA und DICE den Support für Battlefield V einstellen und es keinen neuen Content mehr geben wird? Tja, ist scheiße. Aber ich fürchte, das war abzusehen. Und wer meine Twitch-Streams guckt, der hat das vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich das vor Wochen und Monaten schon in den Raum gestellt habe, dass ich nicht glaube, dass da bei Battlefield V noch viel geht. Ich bin ja mit EA und DICE relativ nahe verbunden. Da sind wir wieder beim Thema Battle Bros. Kanal und Battlefield aneinander hochgewachsen natürlich. Und so war es halt auch mit Battlefield V. Das habe ich schon sehr früh zu sehen bekommen, denn das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt. Ich bin ja nicht nur im Game-Changer-Programm von EA, wo also YouTuber und Streamer, die sich mit Battlefield auskennen, eingeladen werden, um ihre Meinung zum Spiel zu sagen und auch dabei zu helfen, es eben besser zu machen. Daher der Name Game-Changer, also Spielveränderer. Aber ich habe auch wegen meines Hintergrundes als Spiele-Redakteur und Spiele-Tester Battlefield 1 und Battlefield V mock-reviewed. Das heißt, DICE hat mich eingeladen nach Stockholm. Ich habe die beiden Spiele gespielt, als sie fast fertig waren und die haben mich nachher gefragt, wie findest du das, was müsste man anders machen und was denkst du als erfahrener Journalist, wie wird da die Spielepresse darauf reagieren, was werden sie mögen, was werden sie nicht mögen, was wollen wir wo ändern und was kriegt es wohl für eine Wertung. Und bei Battlefield V war es tatsächlich so, dass ich damals das Gefühl hatte, super, das könnte tatsächlich besser werden als Battlefield 1, was ich schon auch sehr gut fand, aber Battlefield V, das fühlte sich schnell so ein bisschen wie nach Hause kommen an, weil natürlich irgendwie Zweiter Weltkrieg und so weiter. Da warten halt auch, da wartet auch die Community drauf. Das wird super. Wann kommt denn, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber wann kommt denn zum Beispiel Wake Island? Wake Island habt ihr in fast jedem Battlefield drin gehabt, jetzt kommt es wieder, das wird ja der Knaller zum Anfang. Meinten sie gleich, ja Wake Island, kommt später, der Content, den strecken wir ein bisschen raus, so Game as a Service. Obacht, jetzt seid ihr ja gerade mit Battlefront 2 so ein bisschen in den Nesseln gedappt, was heißt ein bisschen, das war ja damals gerade der große Shitstorm mit den Lootboxen und so weiter. Wie gesagt, wenn ihr da jetzt mit sowas ankommt von wegen, ja Content kommt, wenn er fertig ist, coming soon irgendwo ins Kleingedruckte schreiben, dann fliegt euch das um die Ohren. Ihr habt gerade wirklich ein Vertrauensproblem in eurer Community, zu Recht, die fühlen sich gerade alle so ein bisschen verarscht. Wenn jetzt nächste Battlefield 5 dann kommt, mit Zweiter Weltkrieg, wo alle Bock drauf haben, ihr dann aber sagt, ja ja, Wake Island und so weiter, es kommt irgendwann später noch, dann ist das doof. Dann müsst ihr, ihr müsst von Anfang an, müsst ihr einen Fahrplan haben, der verlässlich ist. Andere Spiele machen es ja auch mit irgendwelchen Seasons, die kommen dann aber auch wirklich relativ präzise aufs Datum. Und dann, ihr müsst jetzt schon sagen können, in drei Monaten kommt die Map, in sechs Monaten kommt die Map und Wake Island möglichst früh. Aber wenn ihr sagt, kommt in zwölf Monaten, ist okay, wenn es wirklich in zwölf Monaten kommt. Da müsst ihr euch drauf festnageln lassen, denn sonst fliegt euch das Ding um die Ohren. Da ist gesagt, nee, klar, wissen wir, denen war das ja auch bewusst mit den Lootboxen, dass das nicht so geil gelaufen ist in Battlefront 2. Wissen wir, da kommt ein System, das wird super, da lassen wir uns auch drauf festnageln. Das heißt Tides of War, da wissen wir wirklich von Anfang an, im Wochentakt, über Monate hinweg, was auch an Zusatzcontent kommt, den man freischalten kann und so weiter, um die Leute immer bei der Stange zu halten. Und dann haben sie es gebracht, also dann haben sie erstmal den Trailer gebracht, der ja gar nicht gut ankam, weil die Leute einfach nicht wussten, was sie bei diesem Spiel erwartet. Und dann haben sie eben da auch so viel reingeklatscht, was eher Fragen aufgeworfen als beantwortet hat. Und dann gab es ja auch noch den Stream dazu, wo dieser Trailer auch zum ersten Mal gezeigt wurde. Ich habe das ja damals mit Hand of Blood, haben wir das ja quasi für die deutsche Community eingerahmt. Und wir kannten deshalb auch vorher schon den Trailer. Ich kannte ja zum Glück das Spiel schon und wusste deshalb, was der Trailer zeigen will. Was das alles ist, was man da sieht. Dass man Customizations sieht. Dass man sieht, dass Spieler, andere Spieler ziehen können. So kommen wir gleich noch. Bis hin zu Details wie Bullet Penetration sieht man, das sieht man hier exemplarisch an dem und dem Ding. Ich habe ja dann nach dem Reveal-Stream nochmal diese Trailer-Analyse gemacht. Wo ich wirklich im Sekundentakt anhalten konnte und sage, das ist übrigens, was sie zeigen wollen in diesem Film, der kein Gameplay ist. Aber das meinen sie damit und das ist geil. Das ist schon gutes Gameplay. Es wird halt jetzt hier nicht so richtig rübergebracht. Und ich muss auch sagen, die Präsentation von DICE selbst bei diesem Reveal-Stream, die war halt auch nichts. Das war so ein bisschen seelenlos. Man merkte gar nicht die Begeisterung der Entwickler für diese Marke und für dieses Spiel. Es wirkte halt sehr gestreamlined, sehr corporate. Jeder liest ab, was auf seinem Text steht und du merkst nicht das Herzblut. Wenn du dir daneben eben anschaust, was das Crytek-Team für Herzblut in Hand reinsteckt. Dass ich regelmäßig auf Twitch mit dem Dennis, mit dem Chef-Entwickler des Spiels, zusammenspiele. Der offensichtlich so geil auf sein eigenes Spiel ist, dass es abends auch immer noch spielt und Bock drauf hat. Da liegen halt dann wirklich Welten dazwischen. Das wirkte dann eben sehr klinisch. Und dann kam ja der große Aufruhr in der Community, wo alle gesagt haben, Bäh, Kacke, was wollen die Frauen da, warum hat diese Piratenfrau keinen Arm, warum ist das alles so bunt. Wir verstehen das alles nicht und im Zweifel wollen wir es auch alles nicht, weil es nicht das ist, was wir uns vorgestellt haben. Das ist sicherlich DICE's Fehler gewesen, diesen Trailer in dieser Form so zu machen. Ich, der ich das Spiel kannte, fand ihn geil, weil ich ja gewusst habe, was sie damit zeigen wollten. Aber der gemeine Battlefield-Spieler natürlich nicht. Insofern war das an der Zielgruppe vorbeiproduziert. Aber die Reaktion auf diesen Eklat war halt auch nicht gut. Also, naja, war nicht gut, ist so ein Ding. Ein hoher DICE-Mensch wurde ja zitiert, dass er gesagt hat, ja, wenn er es nicht spielen will, dann kauft es halt nicht. Das ist durchaus, finde ich, eine gute, grundsätzlich eine gute Haltung. Also, um dann auch wieder beim Thema Hunt, also Hunt Showdown, zu bleiben. Ich finde es völlig okay, wenn Hunt sagt, nee, wir machen jetzt hier nicht noch, keine Ahnung, wir machen keine Fahrzeuge rein und es gibt auch keinen Battle Royale-Modus und keine Ahnung. Manche Sachen sind in unserem Spiel einfach so, weil das unsere Spielvision ist. Wenn ihr das nicht haben wollt, dann, ja, kauft es nicht. Dann spielt was anderes. Das ist halt unser Ding. Bei Battlefield oder DICE schwang dann aber halt noch so eine Eingeschnapptheit mit. Da haben sich aber beide Seiten auch nicht mit Ruhm bekleckert. Also, ich fand es wirklich auch peinlich und ich habe auch dazu dann damals wieder ein Video gemacht, peinlich, wie viele auch namhafte, insbesondere amerikanische YouTuber, drauf rumgeritten sind. Äh, da sind Frauen im Spiel, die gehören da gar nicht rein. Das war wirklich dumm. Und da war es mir unangenehm zu merken, wie unreif viele große Battlefield-Spieler dann auch offensichtlich sind, sich an sowas aufzuhängen, sich an sowas aufzuhängen, Frauen im Spiel unrealistisch, gleichzeitig aber ein Spiel zu spielen, in dem man in ein fliegendes Flugzeug einsteigen kann, um dann Bomben abzuwerfen, C4-Packs, die man auf ein Auto klebt und das Auto fährt irgendwo rein. Also, ihr wisst, was ich meine. Ich habe damals ja schon ein langes Video dazu gemacht, deshalb will ich das jetzt auch nicht nochmal aufrollen. Auch wenn ich jetzt in diesem Video gerade offensichtlich die ganze Battlefield-Misere als, äh, wie heißt das so schön aufrollen will? Als, ähm, wie heißt denn das? Post Mortem, so. Also als, ähm, Debriefing nach dem Tod eines Spiels. Auch wenn es jetzt noch nicht richtig tot ist. Aber, äh, es sieht nicht so gut aus. Jetzt war das Problem natürlich nicht nur die ganze Kommunikation außenrum, sondern dann das Spiel selbst, ne? Es gab ja unzählige Bugs dann schon zum Teil und mit jedem Patch mehr Bugs oder neue Bugs, äh, und auch so Sachen, die offensichtlich, wie ich dann über dunkle Kanäle mal hörte, halt wirklich ein Problem der Frostbite-Engine sind. Nämlich dieses ganze Assignment-Debakel, dass du halt im laufenden Spiel keine Assignments ändern kannst, sie nicht mal einsehen kannst, sondern dann erst ins Menü raus musst, um die dann auch zu wechseln. Normalerweise hätte man gesagt, das ist doch, das kann doch nicht sein, das ist doch irgendwie eine Sache der Benutzeroberfläche, dann stellt man das gerade anders ein. Nee, das war wohl wirklich eng mit der Grafik-Engine des Spiels verbunden, so dass das einfach bis zum Schluss nicht richtig funktionierte. Und das eben auch zwei Jahre später nicht funktionierte. Und da bist du auch als wohlwollender Battlefield-Spieler, sagst du auch irgendwann, okay, ich kann da jetzt mit leben. Also ein bisschen peinlich ist das schon. Dann zeigte sich auch schnell dieses ganze Tides-of-War-System, was einen, ja, mit Belohnungen bei der Stange halten soll, so richtig ausgereift ist es nicht. Wenn ich da Woche für Woche irgendwie grinde, um am Ende einen roten Hut zu bekommen oder eine legendäre Tarnschminke, die genauso aussieht wie die anderen nicht-legendären Tarnschminken auch, dann ist das System für den Arsch. Aber die Tides of War waren ja nicht das Einzige, was nicht drin war, beziehungsweise nicht richtig funktionierte. Firestorm, DICE hat groß damit geworben, in Battlefield 5 kriegst du eine Story, kriegst einen Multiplayer-Modus, den du kennst und liebst und Battle Royale, drei zum Preis von einem. Und dann war halt Firestorm einfach erstmal nicht drin. Und als es dann drin war, war es auch nicht gut, wohingegen parallel dann eben Apex Legends startete, was nicht nur umsonst war, sondern eben auch vom Gameplay fantastisch. Und diese ganzen Geschichten wie das Loot-System und so weiter, klappte da ja bei einem anderen EA-Titel super. Und bei Firestorm überhaupt nicht. Mit der Folge, dass du sehr schnell dieses Spiel auch einfach nicht mehr spielen konntest. Und das tat mir wirklich leid, denn das war mein erster, also Firestorm, mein erster Battle Royale-Titel. Ich hatte jetzt keine wirklichen Vergleiche, aber fand das super und es passte auch toll in die Battlefield-Welt. Und dann zu merken, die haben es halt so verkackt, auch in Relation zur Konkurrenz, die größtenteils eben Free-to-Play war, dass das jetzt keiner spielen will und ich keine Gegner in Firestorm habe, das war schon bitter. Und jetzt wissen wir nicht erst seit Warzone für Call of Duty, dass es eine gute Idee gewesen wäre, Firestorm gratis anzubieten, dass eben neue Leute ins Battlefield-Universum reinschnuppern und dann hoffentlich auch da bleiben. hoffentlich auch das Hauptspiel kaufen. Nee, stattdessen hat man gesagt, nee, nee, das kriegen jetzt nur die, die das Spiel damals gekauft haben. Klar, das wäre wahrscheinlich auch blöd gewesen, wenn sich einer Battlefield 5 extra für Firestorm gekauft hätte, dann merkt, ich muss ein halbes Jahr oder wie lange warten, bis es rauskommt und kurz danach, jetzt kriegen es alle für umme. Aber das war halt in der Strategie von Anfang an schon ein Webfehler im System. Also nicht gut. Was haben sie stattdessen gemacht, um neue Spieler in Battlefield 5 reinzubekommen? Die Time-to-Kill geändert. Niemand wollte das. Die Leute, die es gespielt haben, fanden es scheiße und keiner da draußen hat gesagt, ah, toll, jetzt sterbe ich nicht mehr so schnell, jetzt kaufe ich mir das Spiel. Wer ist denn auf diese Idee gekommen, dass das funktionieren könnte? Und wer ist auf die Idee gekommen, das einfach zu machen, ohne es auf irgendeinem Test-Server vorher mal auszuprobieren und Community-Feedback reinzuholen? Den Test-Server gab es ja für Battlefield 5 gar nicht, was eben auch ein Riesenproblem war. Und jetzt sind wir dann auch wieder bei Handshodown, da gibt es einen Test-Server, da kannst du ausprobieren. Funktioniert es in der Praxis? Nee, stattdessen hier, Community, friss oder stirb mit dem Ergebnis, dass halt einfach ganz viele Spieler weggestorben sind. Da kann man sich aber dann bei DICE auch nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Wundern kann ich mich allerdings nur, dass DICE ja Zugriff auf das Game-Changer-Programm hat und sagen kann, wir haben hier 20 Battlefield-Youtuber, die kennen sich damit aus, fragt die doch mal vorher. Stattdessen waren wir tatsächlich mit den Game-Changern irgendwann mal bei DICE, ich glaube, es war zum Pacific-Update, um uns das vorab anzuschauen. Und da wurde uns dann verkündet, ach so, wir verändern übrigens die Time-to-Kill. Und dann so, äh, okay, habt ihr da mal, äh, okay, mhm, ja, warum fragt ihr uns da nicht vorher? Ja, müssen wir jetzt nicht mehr drüber diskutieren, hieß es dann von DICE. Im nächsten Patch, also übermorgen, ist es dann halt so. Okay, warum gibt es dann dieses Programm? Und wenig überraschend mussten sie dann die Time-to-Kill wieder zurückschrauben. Also ich meinte, wir kriegen nicht nur keine neuen Spieler, sondern wir verlieren die Spieler, die wir gerade haben. Was für eine große Überraschung. Und dann kam aber wirklich eine angenehme Überraschung, und zwar das Pacific-Add-On, was halt wirklich super war und ist. Das muss ich bei dieser Gelegenheit nochmal sagen. Also ich finde Battlefield 5 tatsächlich auch, ist immer noch ein gutes Spiel. Um nicht zu sagen, ein tolles Spiel. Das hat mir große Strecken besser gefallen als Battlefield 1, wegen auch des Szenarios. Aber wirklich ein gutes Spiel, schlecht gemanagt. Und, ähm, das merkt man auch daran, dass ja dann die Spielerzahlen mit dem Pacific-Add-On tatsächlich auch wieder hochgegangen sind. Also, DICE hat immer ein Geheimnis gemacht aus den Spielerzahlen. Mittlerweile kann man sie sich wohl irgendwo, äh, zusammen zumindest recherchieren. Ich hab das in ein paar Artikeln und ein paar Videos gesehen. Und das wohl dann mit dem Pacific-Add-On die Zahlen auch wieder hochgegangen sind, auf ein Niveau von annähernd dem Anfang. Was ja auch wieder zeigt, die Leute wollten, eben hatten von Anfang an Bock, vor allen Dingen auch auf Wake Island. Und jetzt kommt Wake Island halt auch wieder zu spät im Rahmen des Pacific-Add-Owns. Und dann ändern sie wieder die Time-to-Kill. Why? Weil, das war, also, ich weiß nicht, man merkt eben daran, an dieser kurzen Historie, dass da von Anfang an der Wurm drin ist und war. Äh, und immer wieder komische, strategische Entscheidungen gefällt worden sind, vielleicht auch übereilt. Oh, 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 die Leute mögen den Trailer nicht, äh, lass mal schnell die, die ganzen Customizations verändern. Bloß keinen Appen-Armen mehr. Ja, aber dann haben wir nur noch einen roten Hut. Egal, mach den roten Hut. Ähm, mit der Folge, dass halt die Community immer wieder vor den Kopf gestoßen worden ist und, ähm, dann eben einfach auch das Vertrauen in DICE verloren hat. Ja, und jetzt stehen wir da. Und keiner ist so wirklich überrascht, dass es heißt, ja, kommt nichts mehr an. Wobei, manche haben offensichtlich bis zum Schluss gehofft, der Michael Volker zum Beispiel schrieb, noch vor zwei Wochen, ich hoffe, zu Battlefield 5 kommt jetzt mal endlich ein Update Richtung Frankreich, Russland. Die ganze Welt war ein Schlachtfeld. Und tatsächlich, das, ja, DICE hätte mit Battlefield 5 so viel geile Schlachtfelder eröffnen können. Geile Schlachtfelder, ihr wisst, wie ich es meine. Aber man merkt am Pacific Add-on, die Leute haben auf Wake Island gewartet, die Leute hätten gerne nochmal Stalingrad als Map gehabt. Ähm, das, alles, was man eben aus Battlefield 1942, der ja der direkte Vorgänger im Geiste ist und war, da, was man da schon kannte, was man jetzt gerne nochmal gemacht hat. Jeder hat, in wieviel Streams haben wir drüber geschwärmt, was man alles Geiles machen könnte, jetzt dann bald in Battlefield 5. Stattdessen war eben der Plan, wir zeigen Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Gut, das kann man machen. Gerade wenn man sagt, uh, wie wollen wir es verhindern, dass es immer wieder das Gleiche in Weltkriegsshootern ist. Aber vielleicht wäre es auch mal wieder an der Zeit gewesen, was Bekanntes auch mit reinzubringen, um, um die Leute, die damals Battlefield 1942 gespielt haben, so in meinem Alter, dass die gesagt hätten, geil, richtig Bock drauf. Und, ähm, ja, der Michael Folger hätte sich halt auch gefreut. Aber ich habe auch vor Wochen schon gesagt, ich glaube nicht, dass da noch Frankreich, dass da noch Ostfront dazukommt, dass Afrika noch dazukommt. Ich glaube es nicht, denn, ähm, wenn man doch relativ nah eben an, an einem Publisher und Entwickler dran ist und irgendwann merkt, da, ähm, lassen auch die Marketingbemühungen nach. Da wird nichts mehr, da werden keine Game Changer mehr eingeladen. Ähm, da werden keine, da wird nichts mehr gesponsert. Und das bei einem Game as a Service. Und dann schaut man aber im Vergleich dazu an, was macht denn EA mit, mit Apex Legends, ähm, ähm, wenn da eine neue Season rauskommt, dann gibt es dafür auch Marketingbudget. In dem Moment, wo du merkst, okay, ja, bewerben das jetzt auch nicht mehr, dann merkst du, die, die lassen das jetzt auslaufen. Und, ähm, entsprechend habe ich vor Wochen schon gesagt, glaube nicht, dass da noch was kommt und jetzt ist es amtlich. Und deshalb ist es ehrbar, aber glaube ich auch nutzlos, wenn man sagt, hey, vielleicht können wir als Community noch was machen. Flo schreibt zum Beispiel, es hat zwar wirklich nichts mit dem Video zu tun, also mit diesem Video jetzt schon, aber wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, soll ja der Support für Battlefield 5 eingestellt werden. Dagegen gibt es jetzt eine Petition. Sucht einfach bei Google, keep Battlefield 5 great, don't stop the support, unterschreibt sie und teilt sie weiter, danke. Ich fürchte, das bringt nichts. Denn da wird sich auch ein, ein großes Unternehmen, von, von den Fans, die es hat, nicht sagen lassen, ja, okay, äh, der Flo hat gesagt, wir sollen weitermachen, machen wir weiter. Ich, auch durch dieses Postmortem, das ich gerade so ein bisschen aus der Hüfte geschossen habe, merkt man, da ist seit Monaten, seit zwei Jahren, um nicht zu sagen, äh, der Wurm drin, da wird man jetzt nicht auf den letzten Metern noch, äh, da ist und oder EA umstimmen können und sagen, naja, mit einer Petition, wenn 50.000 Leute unterschreiben, machen wir es ein. Es lohnt sich einfach jetzt an diesem Punkt auch offensichtlich nicht mehr für EA und DICE, Battlefield 5, äh, weiterlaufen zu lassen. Denn, auch Mikrotransaktionen funktionieren im jetzigen, oder schon lange nicht mehr, weil es halt auch keine coolen Inhalte gab, die man hätte kaufen wollen. Im Gegenteil, plötzlich gab es Inhalte, also Skins und, und Tarnschminke, die es vorher schon für Umme gab, musste man plötzlich kaufen. Ähm, das ist natürlich dann auch schwierig, wenn man merkt, die Community will keine, äh, Appenarme und Piraten, sondern will was Glaubwürdiges, entsprechend auch Customizations ins Spiel einzubauen, die ins Gesamtbild passen, aber trotzdem cool genug sind, dass man sagt, dafür gebe ich jetzt mal zwei Euro aus. das extreme, das extremste Beispiel war ja einmal dieser, keine Ahnung, Hunter, Night Hunter oder so, der halt eins zu eins aussah, wie ein Jäger aus Hunt Showdown, wohin jeden, der bei Hunt Showdown geil reinpasst, aber nicht, äh, nach Wake Island. Und, ähm, das heißt, da merkt man schon von Anfang an, da waren, da waren so viele Denkfehler drin, strategische Fehler drin. Manchmal muss man halt auch einfach was Gutes auch beenden und sagen, es war gut, also mir hat Battlefield 5 eine Menge Spaß gemacht, aber mein Leben rotiert nicht um Battlefield 5, wenn jetzt da der Support eingestellt wird. Ja, dann ist es halt so, ich spiele eh schon länger nicht mehr, hab da ja auch gemerkt, mein letztes Video ist eine ganze Weile her, ich hab damals auch bei dem letzten Tutorial gesagt, jetzt bin ich fast froh, dass ich's mal ein bisschen liegen lassen kann und ein bisschen Abstand gewinnen kann und mal was anderes spielen, vielleicht mal dieses Hunt Showdown, ähm, und hab gemerkt, seitdem war für mich auch so ein bisschen der Zauber weg. Also ich hatte so, ich hatte Bock, diese Tutorials zu machen, die waren auch super, die sind bei euch auch super angekommen, aber dann auch gemerkt, okay, jetzt wird's Zeit für was Neues, und jetzt, wird's Zeit für was Neues. Keine Ahnung, was das nächste Battlefield wird, ich bin gespannt, ich hab auch, bin da auch jetzt sehr, möchte da nicht mit irgendeiner Erwartungshaltung rein, weil auch das, glaube ich, wieder nur, äh, bremst, sag, ja, jetzt, jetzt dann halt wieder Vietnam, oder jetzt dann Science Fiction, nee, sollen sie mal machen, ich bin da ergebnisoffen, und wenn's, wenn's mich nicht interessiert, dann muss ich halt an der Stelle auch sagen, dann interessiert mich vielleicht das nächste Battlefield auch nicht, aber ich glaube es nicht. Und deshalb kann ich auch die Frage von Ralf Müller sehr einfach beantworten, der fragt nämlich, könntest du vielleicht mal wieder Battlefield spielen, egal welches, ja, ich werde wieder Battlefield spielen, ich werde sogar tatsächlich Battlefield 5 mal wieder spielen, nach all der Zeit, und zwar am 21.05. kommt da ein Video von mir, da spiel ich nämlich, auf diesem wunderbaren Eraser Laptop, Battlefield 5, ähm, denn, Razer hat sich mein letztes, äh, Grafik-Erklärvideo angeschaut, und hat gesagt, super, du hast ja, offenbar Ahnung von, äh, von Grafik und von Hardware, können wir nicht ein, ein regelmäßiges Let's Play Format bei dir machen, und, und das kommt dann auch euch zugute, werde tatsächlich jetzt dann, ab dem 21.05. im Zwei-Wochen-Takt, immer mal wieder ein, äh, Let's Play machen, mit neuen Spielen, halt nicht immer nur Battlefield, nicht immer nur Hand, sondern da ein bisschen Abwechslung reinbringen, und bin da sehr dankbar, dass da Razer auf mich zugekommen ist, es werden also auch, ganz reguläre Let's Plays, aber immer mit einer, mit einer Technik-Komponente noch, mit dabei, was mache ich sonst noch in naher Zukunft, Schönes, am Dienstag, das ist der 12.05., da startet die neue Season von Apex, Legends, das werde ich also auch mal wieder spielen, da gibt es hier Videos auf meinem Kanal, ich werde am Dienstagabend, so ab 20 Uhr, spätestens 21 Uhr, aber auch auf Twitch streamen, Apex Legends, mit Lost Aiming zusammen, außerdem spielen dann auch, Ranzratte, Unge, Papaplatte, Uuuuuh, Dalu Card, spielen in dem, an dem Abend, auch Apex Legends, Season 5, ich glaube, wir treten sogar, so ein bisschen gegeneinander an, da habe ich aber, mit Dalu Card, immer so ein bisschen Bammel, der kann ja alles, der kann einfach jedes Spiel spielen, ich finde das ein bisschen gruselig, aber in erster Linie mit Lost Aiming zusammen, und wenn ihr Bock habt, schaut gerne zu, das wird hoffentlich lustig, nein, es wird bestimmt lustig, denn Apex ist halt auch ein sehr schönes Spiel, und Hunt Showdown ist natürlich nach wie vor, immer noch ein sehr, sehr tolles Spiel, und das werde ich auch weiterhin, immer noch auf Twitch streamen, und hier, let's playen, und vielleicht, muss ich da in naher Zukunft, doch mal drüber nachdenken, ob da habe ich ein paar Erklärvideos dazu machen kann, denn ihr fragt dann immer so oft, ja, kannst du nicht mal was zu den Trails machen, oder zu den Waffen und so, und naja, muss ich mal drüber nachdenken, denn das ist ja auch in meinem eigenen Interesse, wenn da mehr Leute ins Spiel finden, denn dann kriege ich mehr Opfer, und wenn dann hoffentlich irgendwann Corona auch mal vorbei ist, habe ich noch ein sehr schönes, aufwendiges Meta-Gaming-Format für euch, auf das ich mich schon sehr lange freue, da sollte die erste Folge schon im März eigentlich produziert werden, ja, und dann ist Corona passiert, keiner darf mehr raus, keiner darf mehr besucht werden, alles seit dem on hold, aber das wird hoffentlich dieses Jahr dann noch passieren, wenn dann hoffentlich dieses Jahr auch mal ein Impfstoff gefunden wird, man weiß es nicht, aber ich bin guter Hoffnung. Und natürlich hoffe ich, dass ihr mir weiterhin die Treue haltet, egal wie dieser Kanal heißt, und gerähmt euch nicht, falls ihr euch das Battle Bros Logo auf diesen einen Arm habt, tätowieren lassen, denn das ist und bleibt ein legendäres Logo, und zum Zweiten gibt es da ja noch so einen Arm. In diesem Sinne, ihr seid die Besten, und ich bin der Fabian, bis dann, ciao.